Hey, ich bin Olli Luxitsch. Heimatverbundener Saarländer, überzeugter Europäer und leidenschaftlicher Verkehrspolitiker. Ja, so würden mich wohl meine Freunde und meine Familie beschreiben. Das Saarland ist wirklich wunderschön. Unsere Lokale, Vereine, das gute Essen, die Gastfreundschaft. Wohlfühlen kann man sich hier total. Seit 2017 darf ich eure Themen das zweite Mal in Berlin als Abgeordneter des Deutschen Bundestags vertreten. Ich setze mich für eine Verkehrspolitik ein, die auf Innovation statt Verbote setzt. Das macht mir wirklich großen Spaß. Da bin ich mit Herzblut dabei. Unsere Infrastruktur braucht wirklich eine große Portion Beschleunigung beim Bauen, beim Planen. Wir sind da viel zu langsam.